Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir sind heute weiterhin im Alten Testament und haben ein Buch vor uns, das wirklich ein bisschen außergewöhnlich ist. Einmal vom Inhalt her, es geht um nichts Geringeres als um die Rettung des Volkes Israel vor einem gewaltigen Genozid. Aber was auch besonders ist am Buch Esther, ist, dass es eine ganz andere Erzählperspektive einnimmt als alle übrigen Bücher des Alten Testamentes, indem es nämlich eine säkulare Erzählperspektive einnimmt. Wir werden dazu noch mehr hören. Zunächst ist immer zu fragen bei solchen Büchern, um welche Textgattung handelt es sich eigentlich. Es macht einen großen Unterschied, ob etwas ein historischer Bericht ist oder ein Märchen. Und von daher wird hier auch diskutiert, was das für eine Textgattung ist. Und wenn man in das Buch Esther hineinschaut, dann muss man sagen, ganz klar, das Buch selbst präsentiert sich als ein historischer Text. Also es erörtert ganz viele historische Begebenheiten. Das merkt man schon mal an der Einleitung. Es war in der Zeit des Xerxes, jenes persischen Königs, der von Indien bis Nubien über 127 Provinzen regierte und dessen Thron in der befestigten Oberstadt von Susa stand. Also diese Einleitung und auch die Schlussformel am Ende gibt sehr deutliche Auskunft, dass wir es hier mit historischen Tatsachen zu tun haben. Ich lese mal den Schluss noch. Da heißt es, alle seine Taten, die von Xerxes und Verdienste, sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet. Dort wird auch beschrieben, zu welch hoher Stellung er Mordechai erhob, einer der Hauptakteure hier in diesem Buch. Also das ist alles historisch klar verankert. Man sieht es auch an der Beschreibung des Perserreiches. Alles, was dazu gesagt wird, entspricht unseren Kenntnissen aus der Geschichte. Auch die Stadt Susa als eine der königlichen Residenzen in diesem Riesenreich ist alles korrekt. Also so haben wir hier einen klaren Eindruck in diesem Buch eines historisch zuverlässigen Textes. Trotzdem hat es seitens bibelkritischer Theologen eine Hypothese gegeben, dass man sagt, ja, das Buch erweckt diesen Eindruck, Geschichte sein zu wollen oder beschreiben zu wollen. Aber das ist trotzdem Fake News. Das ist zu Unrecht, dieser Eindruck. Es ist nicht wirklich historisch. Eine solche Hypothese gibt es, steht natürlich dem Text als solchen völlig entgegen und hat praktisch das Prinzip des Misstrauens gegen einen biblischen Text praktisch zum Auslegungsprinzip erhoben. Aber zu solch einer Hermeneutik des Misstrauens muss man klares Nein sagen. Das ist abzulehnen. Denn wir müssen schon auch uns mit den Texten einverstanden erklären, die wir studieren. Die Textgattung, wenn wir jetzt an Geschichtsschreibung denken und sagen, das Buch Esse ist eine Geschichtsschreibung, dann stimmt das nicht ganz. Denn Geschichtsschreibung hat verschiedene Merkmale. Wenn Geschichte geschrieben wird, dann ist in der Regel immer ein Volk zentral aus der Perspektive, dass die Geschichte gesehen wird, zum Beispiel das Volk Israel oder deutsche Geschichte, russische Geschichte, wie auch immer. Also da geht es um ein Volk und es geht um eine Aneinanderreihung von vielen Ereignissen und die dann am Ende auch oder zwischendrin auch vom Autor natürlich interpretiert werden. Also in diesem Sinne ist natürlich die Königsbücher oder die Konikbücher ganz klassische Geschichtsschreibung, nämlich die Monarchie Israels, beziehungsweise Konik ist noch etwas mehr. Also von daher ist es nicht genau die richtige Gattung für das Buch Esther. Die Merkmale einer Erzählung sind aber, dass in einer Erzählung nicht ein Volk, sondern nur einige Leute beleuchtet werden und dass es in dieser Erzählung um eine ganz bestimmte Sache oder Frage geht und wir haben dann in der Erzählung auch nicht so einen ganz nüchternen Stil, sondern der ist viel detaillierter, wird viel mehr ausgemalt oder so Einzelheiten, Details beschrieben, um die Sache lebendig zu gestalten und dass man sich solche vorstellen kann, solche hineinversetzen kann in die Situation. Das sieht man, wenn da die Festivitäten da am Königshof beschrieben werden darf. Es ist so detailliert beschrieben, dass man sich fast meint, man nimmt daran teil. Also detaillierte Beschreibungen auch in vielen einzelnen Szenen, das ist ganz typisch auch für das Buch Esther und dass es auch literarisch ansprechend formuliert ist, also nicht nur sachlich aneinandergereiht wird, sondern dass es auch literarisch sehr kunstvoll dann aufbereitet wird und da gibt es verschiedene literarische Stilmittel. Eins zum Beispiel ist Ironie und wir haben hier das Thema Ironie ganz stark im Buch Esther. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die also sehr ironisch sind. Nehmen wir mal das Beispiel, also erst fleht die Esther um ihr Leben wegen dem bösen Hamann und ein paar Sekunden später fleht der Hamann um sein Leben, weil er es erst verwirkt hat durch seine üble Tat. Also es ist sehr viel Ironie dann auch im Spiel und der Erzähler ist omnipräsent, das heißt allgegenwärtig. Er liest sogar die Gedanken von einzelnen Akteuren. Also es wird uns sogar mitgeteilt in Kapitel 6, Vers 6, was der Hamann gedacht hat. Und da ist nur der König und der Hamann beieinander und trotzdem der Erzähler weiß über alle Einzelheiten Bescheid. Fazit, Esther ist schon ein historischer Text, aber keine klassische Geschichtsschreibung, wo es um ein Volk geht, sondern es ist eine historische Erzählung. Also historisch völlig zuverlässig, akkurat, aber es ist eine Geschichte, eine Erzählung, die auch so passiert ist, aber wo es um andere Schwerpunkte geht als bei einer klassischen Geschichtsschreibung. Die Frage ist, wie ist dieses Buch dann strukturiert? Und es gibt die Versuche, das Buch Esther anhand von Stichworten zu strukturieren, denn es fällt auf, dass bestimmte Dinge sehr häufig vorkommen bzw. an sehr markanter Stelle vorkommen. Und ein Vorschlag ist Festbankett. Es wird ganz viel gefeiert im Buch Esther. Es gibt ganz viele Feste. Xerxes macht ein Fest, 180 Tage lang, ein halbes Jahresfest für alle seine Kosen. Ja, das lesen wir. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle Fürsten und Beamten seines Reiches. Auch die höchsten Offiziere des Heeres von Persen und Medien waren erschienen. Der hohe Adel und die Stadthalter der Provinzen volle 180 Tage lang stellte der König in die Herrlichkeit seines Königtums und die strotzende Pracht seiner Größe zur Schau. Naja, und dann hat er auch noch ein Fest gemacht über eine Woche fürs gemeine Volk. Ja, das ist dann auch in Kapitel 1. Die Königin Esther macht ein, äh, die Königin Vashti macht ein Fest für die Frauen und später macht auch Xerxes ein Fest für seine Königin Esther. Ähm, im Zusammenhang, wo Edikte erlassen werden, einmal Haman und einmal dann Mordechai, äh, kommt es auch jeweils dann zu einem Fest oder zu einem Trinkgelage, äh, im Fall von Haman. Die Esther wird zweimal ein Abendessen organisieren für ihren König und teilweise ist dann noch Haman dabei und da ist auch praktisch eine, ein Festbankett. Und anlässlich des Purim-Festes feiern die Juden dann auch ganz kräftig. Also das Thema Fest ist ein richtiges, äh, Schwergewichtsthema im Buch Esther, da wird viel gefeiert. Aber, das Besondere ist, dass im Zusammenhang mit diesen Festbanketten, äh, dann oft, äh, Widersacher oder irgendwelche, äh, Gegner ausgeschaltet werden. Also einmal kostet Spakrisch der Vashti ihren Thron und, äh, Haman wird ausgeschaltet, äh, bei diesem Essen, das die Esther dann gibt. Oder auch beim Purim-Fest, äh, wird dann die Juden, sind die Judenfeide ausgeschaltet worden. Also das ist ein interessantes Ding, ähm, das ist wirklich so ein Leitmotiv, äh, mit diesen Festivitäten. Aber, äh, den Text jetzt nach diesen Festens zu strukturieren, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Interessant ist auch, dass das Stichwort Archive mehrfach vorkommt, und zwar an markanter Stelle. Äh, nach dieser Einleitung heißt es dann, äh, dass in Kapitel 2, Vers 23, die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Daraufhin wurden beide Oinuchen gepfehlt, also, äh, zu Tode gebracht, die hatten dann eine Verschwörung gemacht. Den Vorfall trug man in die königliche Chronik ein. Also die königliche Chronik, wird hier erwähnt, wird dieser Vorgang eingetragen. Der wird dann wieder hervorgekramt in Kapitel 6, in dieser Nacht, wo der König nicht schlafen konnte, da diese die königliche Chronik beibringen und daraus vorlesen. Und das war dann auch ganz wichtig, äh, für den Umschwung der Geschichte, äh, wie wir noch sehen werden. Und in Kapitel 10, am Ende, wird wieder von der königlichen Chronik gesprochen. Also am Anfang, am Ende und in der Mitte. Das ist interessant. Und trotzdem ist es aber auch kein wirklich passendes Motiv, das Buch anhand dieser Chronik-Einträge jetzt zu gliedern. Eine dritte Idee, äh, die vorgebracht wurde, äh, ist, dass man sagt, in diesem Buch finden viele Umkehrungen statt. Also, dass Dinge sich wenden in die Gegenrichtung, wo das Gegenteil davon passiert. Einmal sieht man es an verschiedenen, insgesamt vier verschiedenen hebräischen Begriffen, die Umkehr oder ähnliche Bedeutungen haben. Oder man sieht auch zum Beispiel der Mordechai, der versucht, die Esther in seine Richtung zu bringen, dass sie das tut, was er sagt. Aber da geht es um Gehorsam. Wohingegen der Haman, der versucht, den König zu veranlassen, dass der König das tut, was er will, nämlich diesen Genozid an den Juden zu machen. Aber da geht es nicht um Gehorsam, sondern da geht es um Manipulation. Also, der Ziele erreichen durch Manipulation von Menschen oder Ziele erreichen durch ein Gehorsamsverhältnis. Ja, das ist so eine interessante Umkehrung. Oder der Haman, der wirft das los. Also, irgendwo ein Stück weit Zufall auch, welcher Tag dann ausgewählt werden soll für diesen geplanten Genozid. Der Mordechai, der tut nicht Würfeln oder so, sondern der handelt immer aufgrund von Information. Also, auch interessant, aufgrund von Sachinformation zu handeln oder aufgrund von Losglück oder Losentscheid zu handeln. Ganz klare Umkehrung ist, dass der Haman erst einen sagenhaften Aufstieg hinlegt und dann einen tiefen Fall. Eine Umkehrung ist auch, dass Esther um ihr Leben fleht und bittet, und kurz danach ist es genau umgekehrt. Dann muss Haman, der Esther das Volk umbringen will, muss er um sein eigenes Leben bitten. Das Buch beginnt ab Kapitel 3 mit einer richtigen Unheilskurve, wo man jetzt richtig Angst haben muss um das Volk Israel, weil dieser Genozid erwirkt wird von Haman. Aber in Kapitel 6 wendet sich dann das Blatt und es dreht sich von der Unheilskurve in die Heilskurve für Israel. Und der Unheilstag, dieser besagte 13. März, 473 vor Christus, an dem alle Juden vernichtet werden sollten, und hier Genozid auf einen ganz bestimmten Tag, ist schlussendlich dann zu einem Festtag der Juden geworden. Also kein Unheilstag, sondern ein Festtag. Aber das ist sicherlich auch sehr interessant, diese Beobachtungen, dass es so Wendungen gibt, sehr viele Wendungen, wo Sachen ins Gegenteil oder gegensätzlich vorhanden sind. Aber auch das eignet sich nicht zur Festlegung der Erzählstruktur, sondern es ist Folgendes. Wir haben eine literarische Ringstruktur in diesem Buch und man kann das sehr gut anhand dieser Gliederung sehen. Die ersten beiden Kapitel sind praktisch die Vorgeschichte. Da werden uns die Rahmenbedingungen erzählt, die zu dem ganzen Drama eigentlich dann hinführen, beziehungsweise also wichtig sind, um dann das Drama einordnen zu können und zu verstehen und wie das dann auch funktioniert. Nach dieser Vorgeschichte ist dieser Edikt Hamans, da geht es um nichts Geringeres als ein Genozid an den Juden. Danach tritt Esther, die Königin, die in dieser Vorgeschichte zur Königin avancierte, tritt in Aktion und nach ihrer Aktion kommt es zu einer Konfrontation zwischen Haman und Mordechai. Der fünfte Gliederungspunkt ist dann praktisch der Mittelpunkt des Buches, wo die Sache dann kippt von negativ für Israel in positiv, und zwar die Schlaflosigkeit des Königs als Wendepunkt der Geschichte. Ein ganz unscheinbarer Moment, diese drei Verse. König kann nicht schlafen, lässt sich dann die Chronik bringen und dadurch kommt etwas ins Laufen, was die ganze Geschichte wendet. Und dieses hat auch keine Parallele dann, sondern das steht praktisch in der Mitte, im Zentrum. Und von diesem Zentrum aus, wo sie die Geschichte wendet, läuft es dann praktisch wieder rückwärts zurück. Jetzt kommt es danach zu einer Konfrontation zwischen Mordechai und Haman. Dann tritt wieder Esther in Aktion und es endet dann mit dem Mordechais Edikt, welches das Edikt von Haman aushebelt. Und das Buch schließt dann mit einer Nachgeschichte. Also es ist eine ganz klare Ringstruktur, wo es dann nach innen läuft. Das Zentrum ist dieser Wendepunkt der Geschichte, die Schlaflosigkeit des Königs und dann läuft es rückwärts in die andere Richtung. Und so kann man das Buch auch gliedern, so werden wir es dann auch durchbesprechen. Wir gehen die einzelnen Abschritte durch, inhaltlich, und dann zeige ich noch etwas zur Botschaft dieses Buches. Die Vorgeschichte finden wir in den ersten beiden Kapiteln und man sieht hier, wie das zeitlich, geografisch und situativ eingeordnet ist. Wir finden ganz viele Haupt- und Nebenakteure in dieser Vorgeschichte und es gibt dann einen konkreten Auslöser, der diese ganze dramatische Entwicklung ins Rollen bringt. Dieser Auslöser führt dann zu Ergebnissen und dann wird noch diese Verschwörung erwähnt, die dann im Verlauf der Geschichte auch noch eine große Rolle spielt. Zeitlich, geografisch, situativ, diese Vorgeschichte. Also man kann fragen, wann, wo und was und wann. Man kann das sehr genau historisch verorten, was im Buch Esther steht. Und es ist immer gut zu wissen, dass, auch wenn man das so in einer guten Stunde durchlesen kann, das Buch, dass es aber zehn Jahre beschreibt, also einen Zeitraum von zehn Jahren. Es beginnt im dritten Jahr des Xerxes, das ist der große und reiche, mächtige Perserkönig, 483 vor Christus, das dritte Jahr seiner Regierung. Und das nächste Datum, was wir haben in Kapitel 2, Vers 17, wo dann Königin, wo Esther dann zur Königin wird, bis dann vier Jahre später ist. Ja, das ist nicht so zack auf zack, sondern es hat dann vier Jahre gedauert, bis dann Esther wirklich Königin wird, im siebten Jahr des Xerxes, 479 vor Christus, nach Kapitel 2, Vers 17. Und dazwischen liegt etwas, was im Esther-Buch überhaupt nicht erwähnt wird. Es wird allerdings in Daniel Kapitel 11, findet sich da eine kurze Notiz dazu, nämlich, dass Xerxes einen Griechenland-Feldzug gestartet hat, der allerdings nicht erfolgreich war, wo er einige Niederlagen einstecken musste, aber da war er so anderthalb Jahre beschäftigt. Und deswegen ist auch zwischen der Verstoßung der Vasti und der Installation der neuen Königin auch ein bisschen Zeit vergangen, weil er eben dieser Griechenland-Feldzug dazwischen lag, der aber im Buch Esther nicht erwähnt wird. Dann kommt das besagte zwölfte Jahr des Xerxes, wo dann der Haman seinen Anschlag unternimmt. Also er ist auch fünf Jahre zusammengegangen, wo nichts Besonderes passiert. Esther ist einfach Königin und nach fünf Jahren, nachdem sie König geworden ist, unternimmt Haman seinen Anschlag. Das hat er sich im April 474 ausgedacht und hat dann einen Tag festbestimmt, wo er dann das weiter betreibt. Und das sind verschiedene Daten in diesem Jahr und dann noch weitere Daten im 13. Regierungsjahr des Xerxes. Wir kommen dann noch auf diese Geschehnisse im Einzelnen zurück. Aber das zeigt einfach mal die zeitliche Verordnung in der Regierungszeit des Xerxes vom 3. bis zum 13. Jahr seiner Regierung. Hat das stattgefunden, was im Buch Esther steht. Es findet statt in Susann. Also es ist in der Hauptstadt des Perserreiches. Das ist die Perspektive, aus der alles erzählt wird. Hier ist das Zentrum. Hier residiert Xerxes mit seiner Frau Esther. Und hier lebt auch Mordechai, der einer der Hauptakteure ist, wir ihn noch sehen werden. Es gibt aber dann auch Hinweise auf das Gesamtreich mit seinen 127 Provinzen. Und das spielt dann auch eine Rolle im Blick auf diesen Genozid, weil das ja nicht nur der Hauptstadt Susa betreffen soll, sondern im gesamten Persischen Reich sollen die Juden auf einen bestimmten Tag hin getötet werden. In der Vorgeschichte haben wir dann drei Feste, die dann eine Rolle spielen. Dieses halbjährige Fest, ein halbes Jahr Feierlichkeiten für die Großen, das ist beispielsweise bevor er seinen Griechenland-Feldzug dann unternommen hat, hat er ein halbes Jahr gefeiert. Dann ein siebentäckiges Fest für die Einwohner Susas, dass die aufwenden mal ein bisschen Freude haben. Und dann ein siebentäckiges Fest, was die Königin Vashti für die Frau ausrichtet. Die Hauptakteure in der Vorgeschichte ist der Ahasveros, so wie er in der Bibel genannt wird, oder je nach Übersetzung, ist das der Xerxes, das ist also identische, identische Person. Der biblische Ahasveros ist der in der Geschichte als Xerxes bekannte König. Und der ist unglaublich reich, mächtig, und natürlich hat er seinen eigenen Kopf. Und was er sagt, ist Gesetz und hat seine Berater. Und der erscheint vielfältig als Hauptakteur in dieser Vorgeschichte. Dann spielt noch die Vashti eine Rolle, das ist eine Ehefrau, die sich hier vortut durch einen Ungehorsam. Ja, wir sehen noch, der Ahasveros gibt ihr da einen Befehl und sie hat einfach keine Lust. Und das bringt dann die ganze Sache ins Rollen. Und ist ein richtiges Politikum geworden, das sich hier einem Befehl des Königs verweigert. Memo Han ist auch ein Hauptakteur, weil er eine längere Rede hält. Er ist ein Ratgeber von Ahasveros, also von Xerxes, der dann auch diesen Rat gibt, was mit dem Ungehorsam von der Vashti jetzt zu beschließen ist. Das kann man ja nicht einfach durchgehen lassen, weil das große Probleme verursachen würde für die ganze Geschlechterordnung im ganzen Reich, wenn man das durchgehen lässt, dass sie einfach den Befehl ihres Mannes und Königs ignoriert. Memo Han gibt da einen guten Ratschlag und deswegen wird er hier erwähnt, ausdrücklich namentlich auch, weil er diesen Rat gibt. Hegei ist eine weitere Figur, der eine ein bisschen größere Rolle spielt in dieser Vorgeschichte. Der ist über das Frauenhaus gesetzt, wo also der Harem praktisch gehütet wird, Haremswächter könnte man sagen, und der auch sehr weise ist so eine Drahtstelle gibt und auch dann die Esther, die dann in den Harem kommt, auch sehr wohlwollend begleitet und ihr auch ein paar Tipps gibt und so. Und dann Mordechai, das ist neben dem König, ist Mordechai, Esther und später Haman dann die Hauptakteure, aber in der Vorgeschichte spielt Haman noch keine Rolle, sondern Mordechai. Und da will ich kurz lesen, was über Mordechai gesagt wird, dass man das gut einordnen kann. In Kapitel 2, Vers 5 bis 7 lesen wir, Nun lebte im Palastbezirk von Susa ein jüdischer Mann namens Mordechai, Sohn des Jair aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kish. Also das ist eine bekannte Familie. Seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom bavidonischen König Nebukadnezar mit König Joachim von Judah in die Verbannung geführt worden waren. Als er war bei dieser zweiten Wegführungswelle, waren seine Vorfahren dabei, also 587 vor Christus, als die Wegführung war. Und jetzt sind wir gut 100 Jahre später nach dieser Verbannung. Mordechai hatte nun die Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegedochter angenommen. Also er hat eine Pflegedochter, das ist die Esther. Und das dreht sich dann auch eben ganz viel um ihn und seine Pflegedochter, die spielen dann eine ganz große Rolle, um diesen Genozid zu verhindern. In Kapitel 2, Vers 11 heißt es, Jeden Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenpalastes vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Also war total interessiert an seiner Pflegedochter, hat sich gekümmert und hat immer diesen Kontakt aufgenommen. In Vers 19, da lesen wir auch eine kleine Notiz, als die jungen Frauen in das zweite Frauenhaus gebracht wurden, hatte Mordechai eine Position am Königshof inne. Also hat er ein bisschen Aufstieg gehabt und hatte eine gewisse Position am Königshof. Welche sie genau ist, wird zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt. Später ist er noch mehr aufgestiegen, aber zu dem Zeitpunkt hat er eben auch schon eine gewisse Position am Königshof, wahrscheinlich in der Verwaltung irgendwie. Vers 22 ist noch eine wichtige Sache. Es hat vielleicht auch mit seiner Position zu tun am Königshof, weil da war eine Verschwörung. Da haben sich zwei königliche Eunuchen, die die Torwache befehligten, gegen Xerxes eine Verschwörung geplant und wollten einen Mordanschlag auf den König unternehmen. Und Mordechai hat davon gehört, vor diesem Mordanschlag, in die Vorhaben und hat es der Königin Esther mitgeteilt und die hat es dann sofort auf dem König gemeldet. Also man konnte als einzelner Beamter nicht einfach vor den König treten. Also er ist dann praktisch über seine Pflegedochter gegangen. Die Königin war in der Zeit und hat es dann gemeldet. Das sollte dann für den weiteren Verlauf noch eine ganz entscheidende Episode sein. Und die nächste Hauptfigur, Hauptakteur ist die Esther, die auch in Kapitel 2 näher beschrieben wird. Diese Pflegedochter von Mordechai, sie hieß Hadassah, das heißt Myrre, wurde aber auch Esther genannt. Und Esther heißt Stern. Also das sind etwas verschiedene Namen, aber es ist durchaus üblich, dass Menschen mit zwei verschiedenen Namen genannt werden. Hadassah wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Also sehr hübsch, logisch, der König. So wie die heute Leute sich immer so Models holen, die reichen Leute holen sich Models als Ehefrauen, weil sie schön sind. Und so war nicht Esther auch schön. Sonst hätte der König sich da nicht für interessiert. Er wollte dann die schöne Frauen haben. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war, viele Mädchen in dem Palastbezirk von Susa gebracht wurden, war auch Esther unter ihnen. Also sie kam dann im Zuge dieser Frauenfindung sozusagen, eine Ersatzfrau für die Vashti, die verstoßen wurde, ist sie damit reingekommen, in diesen Pool von Frauen, die dann eine Chance hatten, praktisch Königin zu werden. Nicht nur Nebenfrau, sondern wirklich Hauptfrau Königin zu werden. Und Esther war da dabei. Sie wurde in den Königlichen Harem aufgenommen und unter dem Oinogen Hegai übergeben. Dieser Hegai, der gerade eben auch erwähnt wurde, da ist sie übergeben worden. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege fortbegann und sie die beste Ernährung erhielt. Also sie wurde begünstigt von diesem Hegai. Er hat irgendwie Gefallen an ihr gefunden, dass sie sehr sympathisch war. Sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie in die schönsten Räume des Frauenpalastes umziehen. Also sie hatte da wirklich eine privilegierte Stellung, weil sie irgendwie die Gunst von Hegai erhielt. Esther verschwieg jedoch ihre jüdische Herkunft. Das hat sie nicht erwähnt. Das ist nicht bekanntbar. Und es hat dem Mordechai ihr eingeschärft, dass sie das erstmal nicht sagen sollte. Wer weiß, könnte vielleicht ein Nachteil sein, weil er immer wieder auf so anti-jüdische Stimmungen da sind. Also sie sollte das nicht sagen. Und dann, dies war es über Esther in Vers 15 bis 17. Als nun die Reihe an Esther, der Tochter Abihai Ails kam, Abihai war der Onkel von Mordechai, der aber eben schon verstorben war, der sie später als Tochter angenommen hatte, oder als Pflegertochter angenommen hatte, verlangte sie nur das, was Hegai, der König Dichu Enoch, ihr empfahl. Also, als sie dann zum König zugelassen wurde, um eine Nacht mit ihm zu verbringen und dann hat er entschieden, was er weiter mit ihr macht, normalerweise sind die Frauen einfach dann nur in ein anderes Haus gekommen. und die Mädchen, die jungen Mädchen, die zum König gebracht wurden, die haben sich immer ein bisschen überlegt, was nehme ich da mit und wie kann ich da beeindrucken und so. Aber sie war da bescheiden, hat sie einfach auf den Rat von Hegai verlassen und hat sie also nur das mitgenommen, wenn sie von den König nicht auf leidungsmäßig und so, was der König Enoch ihr empfohlen hatte. Esther gewann die Zuneigung von allen, die sie sahen. Es gibt ja so Naturtalente, die irgendwie so ein Charisma haben, so eine Ausstrahlung, wo die hinkommen, sind immer everyone's darling und so war also Esther auch everybody's darling. Esther gewann die Zuneigung von allen, die sie sahen und es war im siebten Regierungsjahr des Königs Xerxes im Januar, als Esther zum König gebracht wurde und sie erlangte seine Gunst, also auch die Gunst des Königs. Also sie hat irgendwie einen besonderen Eindruck hinterlassen, offenbar viel besser als die anderen Mädchen, die vorher oder auch danach zu ihm gebracht wurden. Also sie erlangte seine Gunst, der König gewann sie einfach lieb, hat sich also verliebt in sie und seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen und deshalb setzte ihr dann die Krone auf und machte sie an wassichstelle zur Königin. Also das war die Fügung an dieser ganzen Geschichte, dass sie als Jüdin, die aber ihre Herkunft verborgen hatte, zur Königin aufstieg, weil sie auch die Gunst des Königs erlangte. Und in Vers 20 ist es interessant, obwohl sie dann Königin war, haben wir jetzt nochmal gesagt, und wie er Esther eingeschäft hatte, erzählte sie niemand von ihrer jüdischen Herkunft. Sie gehorchte ihm noch genauer, genauso wie damals, als sie seine Pflegedochter war. Also das zeigt das Verhältnis zwischen Esther und Monachai, dass sie einfach ihm als Pflegefater untertan war, ihm gehorcht hat und auch nachdem sie Königin geworden ist, hat sie ihrem Vater also ihrem Pflegefater noch diese Ehre erwiesen und hat sich ihm unterstellt, wahrscheinlich auch, weil sie ihn auch als eine geistliche Autorität angesehen hatte. Also das sind die Hauptakteure, vor allem jetzt Asros, der König, Mordechai, der Pflegefater von der Esther und die Esther, die zur Königin avanciert. In der Vorgeschichte gibt es noch viele, viele andere Nebenakteure, die aber jetzt nicht sonderlich bedeutsam sind. Man kann die Vorgeschichte lesen, ist sehr interessant und nett zu lesen. Das sind Reichsfürsten, Reichsbeamte, Hoher Adel, Provinzstadthalter, die Einwohner der Stadt Susa spielen eine Rolle, Palastbeamte, da gibt es die sieben Eunuchen des Königs und die sieben Fürsten des Königs, also seine Ratgeber, junge Diener des Königs, unberührte junge Mädchen, die zuhauf da in das Frauenhaus gebracht werden, ein Schaschgas wird erwähnt und ein Bigtan und Terisch, das waren die Verschwörer, die dann aufgeflogen sind. Also viele, viele Nebenakteure. Der Auslöser der dramatischen Entwicklung für das ganze Esterbuch war eine Weinlaune des Schaschgas, also bei diesem Fest einmal getrunken, vielleicht auch ein bisschen über Durst getrunken und dann kam sie, schoss es ihm einfach ins Hirn, jetzt seine Frau diesen Männern da mal vorzuführen und damit anzugeben, zu potzen, weil die ja so schön waren. Deswegen lässt er einen Befehl geben, er ist schon ein bisschen angetrunken vielleicht, Befehl zur öffentlichen Vorführung seiner schönen Frau Vashti, und die Vashti, als sie diesen Befehl bekommt, sagt, habe ich keine Lust drauf jetzt, habe ich keinen Bock drauf jetzt, so nach seiner Pfeife tanzen, der will mich da jetzt davor führen, von, das ist nicht das, was ich jetzt brauche, und dann hat sie das missachtet, und das war natürlich ein Politikum erster Ranges mit der unglaublichen Tragweite für das gesamte Perserreich, weil es war den Ratgebern vom König sofort klar, wenn das Schule macht, wenn man das durchgehen lässt, dann wird praktisch keine Ehefrau mehr ihrem Mann irgendwie Achtung entgegenbringen und da, dass sie ihn als Oberhaupt der Familie anerkennen. Ergebnisse, Ergebnis dieser Weigerung Vashti war dann, dass aufgrund des Rates von Menohem, wer ist der gute Mann, Memokan, Memokan, ja, dass aufgrund dieses Rates ihn ergibt, dann drei Entscheidungen getroffen wurden. Die eine ist, dass Vashti der Zugang zum König entzogen wird, darf nicht mehr zum König kommen. Du willst nicht kommen, wenn ich dir sage, dann darf es jetzt überhaupt nicht mehr kommen. Also die war praktisch ausgesperrt von ihrem Mann. Dann, ein zweiter Ergebnis war, dass Vashti auch ersetzt werden soll, durch die andere Frau, ausgetauscht werden soll. Das kann man praktisch nicht durchgehen lassen. Und das Entscheidende war dann, dass dadurch eine Bekräftigung stattfindet, der Autorität des Mannes als Familien Oberhaupt. Also es ist eine andere Kultur, als was wir heute haben, mit dieser Gleichberechtigung. Das war in dieser damaligen patriarchalischen Gesellschaft in keinster Weise so mit Gleichberechtigung. Und in der Bibel ist es ja auch ein bisschen anders. Da ist der Mann das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und Gott Vater das Haupt von Jesus Christus. Da gibt es schon auch Hierarchie, Obwohl eine Gleichwertigkeit da ist, aber es gibt in der Bibel schon eine Hierarchie, was Verantwortung auch betrifft und Führung. Aber hier ist es ganz klare noch patriarchale Gesellschaft und die Autorität des Mannes als Familien Oberhaupt soll dadurch gesichert werden. Der Vorschlag gefiel dem König und den Fürsten, wie Memochan vorgeschlagen hatte, schickte der König schreiben in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes. Jeder Mann soll der Herr in seinem Haus sein und in jeder Familie soll die Sprache des Mannes gesprochen werden. Ja. Also heute würde er wegen Diskriminierung angezeigt werden mit so einem Schreiben. Aber als König eines Riesenreiches konnte er sich das nicht erlauben. Jetzt kommt nach dieser Vorgeschichte, die Bankstazio geführte, dass Esther, die Jüdin Esther, Königin im Perserreich ist. Jetzt wird dann das eigentliche Drama entfaltet und zwar ist es Hamans Edikt. Xerxes wird, er tut den Hamann erhöhen. Einige Zeit später erhob König Xerxes Hamann, den Sohn Hamedada aus der Gegend Agag, zu höchsten Ehren und Würden. Also der Hamann erlebt einen Aufstieg und der nutzt es auch aus und lässt sich überall total verehren. Also das ist ein bisschen Personenkult und der Jude Mordechai macht da nicht mit. Der beugt sich nicht nieder vor Hamann. Und alle königlichen Beamten im Palastbezirk mussten sich auf Befehl des Königs vor Hamann hinknien und tief niederbeugen. Auf Befehl des Königs sogar. Mordechai jedoch kniete sich nicht hin, er beugte sich nicht. Also er missachtet hier einen Königlichen Befehl und ehrt diesen Hamann nicht, er beugt sich nicht vor ihm nieder, weil Mordechai die Meinung vertritt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen und nicht in allen Fällen der Obrigkeit untertan zu sein hat, wenn die Obrigkeit etwas verlangt, was gegen das Wort Gottes ist und wir sollen nicht vor Menschen huldigen und sie quasi fast wie anbeten oder verherrlichen, das ist nicht unsere Aufgabe und so hat Mordechai sich nicht gebeugt und da fragten ihn die anderen Beantworten, übertritt zu dauern das Gebot des Königs? Also du musst ein königliches Gebot übertreten, was durchaus extrem gefährlich war, wenn er da verpetzt wird, hätte es ihn vielleicht auch den Kopf kosten können und Mordechai sagt einfach, weil ich Jude bin, das kann ich nicht machen. Genauso wie im ersten Jahrhunderten die Christen einfach sich geweigert hatten, ein Kaiseropfer zu bringen, Opfer für den Kaiser und ihn dadurch als Gott zu verehren. Das war einfach No-Go und so ist auch für den Juden ein No-Go praktisch diesen Hamann da fußfällig zu verehren. Und das hat Hamann total wütend gemacht und aber nicht nur auf den Mordechai allein, sondern der ehrt mich nicht, weil er Jude ist und seine Wut gegen Mordechai steigert sich hinein, dass er eine Wut und Hass auf das gesamte jüdische Volk entwickelt. Wir lesen das in Vers 5 und 6 Hamann wurde wütend, als erfuhr, dass Mordechai sich kniete und vor ihm beugte. Doch weil er es für unter seiner Würde hielt, sich an Mordechai allein zu rächen, beschloss er, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes zu vernichten. Also es ist ein Riesenreich mit 127 Provinzen. Man hatte ihm nämlich mitgeteilt, dass Mordechai ein Jude wäre. Und so kommt es dann zu dem Edikt Hamanns, zum Genozid, wo er den Genozid an den Juden geplant. Und per Losentscheid kommt es dann dazu, dass er als den günstigsten Tag für diese Aktion braucht er ein bisschen Vorlauf, weil die Information im Reich bekannt gemacht werden muss. Da braucht man fast ein Jahr, um so eine Information in diesem Riesenreich bekannt zu machen. Er hat keine modernen Medien wo das ging. Von daher auf den 13. 3. 473 vor Christus hat er das geplant. Also elf Monate Vorlauf und dieser Tag ist dann der Tag unmittelbar vor dem Passafest. Das Passafest als Zeichen, wo Gott sein Volk Erinnerungen, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat mit starker Hand und dem Pharao Paroli geboten hat, ihm das Volk entrissen hat und einen Tag vor diesem Erinnerungstag an diese Heldentat Gottes wollte er die Juden vernichten. Das ist der interessante Point, dass es einen Tag vor dem Passa ist, wo zu Ehren Gottes gedacht wird, wie er Israel herausgeführt hat aus der Kralle der Weltmacht Ägypten und hier wollte Hamann demonstrieren, schau, ich vernichte dieses ganze Volk an einem Tag. Dann tritt Esther in Aktion, also die Trauer Mordertreis und der Juden ist natürlich groß, also von diesen Edikteuren, das wird dann verbreitet durch Boten ins ganze Reich, wird die Information gegeben, dass auf diesen Tag dann Beschluss ist, mit dem König Kriegesiegel und so, dass diesen Tag alle Juden vernichtet werden dürfen und ihr Besitz eingesteckt werden darf. Und Mordechai und auch alle Juden, die diese Information jetzt auch bekommen haben, sind total traurig, am Boden zerstört und Mordechai hat eine Idee, wie das vielleicht abgewendet werden könnte und dazu ist es wichtig, die Esther, die Frau des Königs, der diesen Befehl praktisch autorisiert hatte, zu mobilisieren. Und das ist interessant, dieser Dialog, wie Esther jetzt mobilisiert wird, 4 bis 17. Esthers Dienerin und Eunuchen berichteten ihrer Herrin, was sich vor dem Tor abspielte. Sie erschrak heftig, in die Mordechai Kleidung bringen, damit er den Trauersack ausziehen konnte. Denn mit Trauersack darf man nicht in den Palast eintreten. Doch er nahm sie nicht an. Er legt diese Trauerkleide nicht an. Da rief Esther den Eunuchen Haddach, den der Kirch zum Dienst für sie abgestellt hatte, und schickte ihn zu Mordechai hinaus. Er sollte in Erfahrung bringen, was denn überhaupt los sei. Das hat sie gar nichts mitgekriegt von dem Etik. Die war ja in einem goldenen Käfig im Palast. Das hat die gar nicht mitgekriegt, dass die Juden ermordet werden sollten. war und nannte ihm auch die genaue Silbermenge, die Hamann dem König die Staatskasse versprochen hatte, damit er die Juden vernichten könne. Das war eine ziemlich große Menge, 10.000 Talente Silber. Das ist Außerdem übergab er ihm, also Mordechai übergab diesen Boten eine Abschrift des Erlasses zur Vernichtung der Juden, der in Susa veröffentlicht worden war. Er sollte in Esther zeigen, ihr alles berichten und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Das war der Rettungsplan, dass sie Esther als Volk der Juden um Gnade fleht. Als Tadach zurückkam und Esther berichtete, was er mal nach ihm aufgetragen hatte, schickte sie ihn ein zweites Mal und ließ ihm sagen. Es war nicht so einfach, einfach zum König zu gehen, wie wir jetzt hier sehen. Es gibt da eine Gesetzmäßigkeit und zwar folgendes. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird egal ob Mann oder Frau hingerichtet. Da konnte nicht einer da mal reinklatzen. Wer ungebeten in diesen inneren Hof des Königs nähert, stand in Gefahr umgebracht zu werden. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegen streckt, Begnadigung willkommen, dann darf er am Leben bleiben. Und offenbar war die Ehe zwischen Esther und Haman schon ein bisschen abgekühlt, denn sie ist seit 30 Tagen, sagt sie, nicht mehr zum König hineingerufen worden. Das hat ihn seit einem Monat nicht gesehen. Wahrscheinlich mit anderen Frauen vergnügt, hat er viele, mit großen Haaren. Und sie war im Moment nicht so eng an ihm dran, seit 30 Tagen, und sie wusste nicht, wie lange es dauert, bis sie überhaupt wieder mal Gelegenheit hat, zum König zu kommen. Und das ist eben ein großes Risiko, wenn sie einfach in den Königshof eintritt, ohne gerufen worden zu sein. Weil das könnte ihr den Kopf kosten. Das ist die Problematik hier. Und als Mordechai die Worte ist mit geteilt, ließ er ihr antworten, und das ist sehr aufschlussreich, was er jetzt hier sagt, Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüde in deinem Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, jetzt gilt es, wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Also Mordechai war sicher, dass Gott sein Volk nicht vernichten lässt, dass Gott da sicherlich eingreifen wird, auf irgendeine Art und Weise. Er dachte, es könnte gut durch Esther sein, aber wenn sie schweigt, dann wird Gott sich irgendeinen anderen Weg finden, wie er es macht. Aber er sagt, doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob alles von Gott zugefügt ist, im Grunde genommen, genau für diese Situation bist du jetzt da im Palast und hast diese Gelegenheit, den König praktisch hier im privaten Gespräch zu bitten, diesen Mordplan zu zerstören. Da ließ Esther Mordechai antworten, geh und ruf alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen, fastet für mich, ess und trinkt drei Tage lang nichts, wieder am Tag auch in der Nacht. Also er hat richtig Angst, dass der König ihr vielleicht nicht diesen Zepte entgegenstreckt und sie wieder nicht ganz unvorbereit, geistlich unvorbereit hineingehen. Deswegen eine geistliche Vorbereitung, drei Tage beten und fasten, auch als Gebetsgemeinschaft der ganzen Judenschaft und dann würde sie es wagen, ihr Leben da einzusetzen. Und dann will ich zum König hineingehen, nach dieser geistlichen Vorbereitung, dass dafür gebetet und gefastet wird, vom ganzen Volk und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Man darf das ja nicht. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Also das ist eine gute Entwicklung jetzt bei Esther, dass sie diesen Mut fasst und sagt, okay, wenn ich dann ummau, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, wenn ich umkomme, komme ich um, aber ich kann auch nicht einfach schweigen. Es gibt Situationen, wo man einfach auch sein Leben mal reinwerfen muss und sagen, okay, komme ich um, dann komme ich um. Es gibt Situationen, wo einfach Schweigen ein No-Go ist. Und so kam es dann auch. Und dann haben wir den ersten Auftritt vor Xerxes, macht sie sehr geschickt und dort in diesem ersten Auftritt erstreckt ihr auch das Zepte entgegen. Das ist auch für die göttliche Fügung hier gewesen, dass er das Zepte entgegen streckt und dass sie nicht umgebracht wird, sondern dass sie ans Ohr von dem König gelassen wird und sie macht ihn neugierig. Sie tut doch gar nicht gleich herausrücken mit der Sache, sie lädt ihn ein zu einem Fest und sagt, ich habe mal vorbereitet und komm du doch und nimm auch den Hamann mit. Und dann werde ich ihr sagen, was ich eigentlich für ein Anliegen habe. Also macht Spannung, baut Spannung auf, macht ihn neugierig, ein sehr geschickter Auftritt. Nach diesem Auftritt, bevor es am nächsten Tag zu diesem Fest kommt, König Hamann und Esther, wo die dann auch Abendessen haben zusammen, kommt es zu einer Konfrontation zwischen Hamann und Mordechai und der Mordechai verdirbt Hamanns gute Laune. Hamann ging an diesem Tag voller Freude und guter Laune hinaus, doch als er im Tor an Mordechai vorbeikam und sah, dass der nicht aufstand und in keinerlei Ehrerbietung erwies, wurde er von Wut gepackt. Doch er beherrschte sich und ging nach Hause. Dann ließ er seine Freunde, seine Frau Serisch kommen und vor ihnen hat er dann geprahlt mit seinem Reichtum und seiner Macht und dann hat er aber sein Ärger auf Luft gelassen, dass ihm all diese Reichtum und Macht kann es so lange nicht genießen, solange dieser Mordechai nicht niederkniet vor mir. Und sagt er in Vers 13 erwähnt er, aber das alles bedeutet mir nichts, diese ganze Reichtum, diese ganze Macht, diese Position, die ich habe, bedeutet mir nichts. Wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palastbezirk verschwindet, naja und dann raten die Frau und seine Freunde, die raten ihm dann, ja dann häng den doch auf, lass den Galgen errichten und dann häng diesen Mordechai daran auf, du hast doch die Macht. Und das macht der Hamann auch, er lässt dann diesen Pfahl und diesen Galgen errichten, er fand diesen Vorschlag total gut und hat sofort den besonders hohen Galgen errichten lassen, an dem er dann am nächsten Tag den Mordechai aufhängen wollte. Und das hat sein Ärger natürlich etwas abgebaut, dass er jetzt eine tolle Perspektive hat, also morgen hänge ich den Mordechai hin, hänge ich den auf. Essene die Konfrontation zwischen Hamann und Mordechai mit dem Ergebnis, dass der Mordechai am nächsten Tag aufgehängt werden soll. Und dann kommt der Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte, die Schlaflosigkeit des Königs und das ist auch wieder so eine interessante göttliche Fügung, der König kann nicht schlafen. In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Also Esther hat ihn ein bisschen neugierig gemacht und gesagt, komm morgen mit Hamann, deinem Mann im Staat sozusagen, zu mir und dann gib ihm Essen und dann sage ich dir, was ich will. Und dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Und er ließ sich die königliche Chronik bringen und daraus vorlesen. Und interessanterweise kamen sie dann genau an diese Stelle von dieser Verschwörung, in der in der Vorgeschichte berichtet wurde. Dabei stieß er auf den Bericht über Mordechai, der die Verschwörung von Bigdan und Teresh aufgedeckt hatte. Und Bigdan und Teresh, das waren die beiden königlichen Eunuchen die Torwächte, die einen Anschlag auf König Xerxes geplant hatten. Und der König fragt dann, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Was hat er für eine Belohnung bekommen? Und die Pagen, die Dienst beim König hatten, sagten, er hat doch gar nichts dafür bekommen. Wurde wahrscheinlich vergessen. Da hat hier den Mordanschlag auf dich vereitelt und er wurde tatsächlich vergessen, ihn zu honorieren und zu ehren dafür. Und das wollte jetzt der König dann gleich nachholen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass er das durch den Haman jetzt nachholen lässt. Und dieser Dialog, der jetzt zustande kommt zwischen König und dem Haman, der ist echt Ironie pur, was hier passiert. Ironie der Geschichte. Er fragte der König wer ist draußen im Hof? In diesen Augenblick war Haman in den äußeren Hof des Palastes getreten. Er wollte sich vom König die Erlaubnis holen, Mordechai an dem aufgerichteten Pfahl aufhängen zu lassen. Also das total Begegnung ist es, der König hat die Absicht Mordechai zu ehren und der Haman hat die Absicht den König dazu zu bringen, dass der Mordechai aufgehängt wird. Und jetzt kommen die zusammen und die Mordechai fragte ihn der König wie kann man einen Mann ehren den der König auszeichnen will. Und der Haman hatte keine Ahnung was der König in der Nacht gemacht hatte und was der König vorhatte was er Mordechai ehren will. Und der Haman tut diese Frage des Königs völlig falsch interpretieren und tut es auf sich münzen und denkt naja also der König will jemanden ehren das kann ja nur ich sein dass er mich ehren will deswegen überlegt er sich was ganz tolles wie er am liebsten geehrt werden möchte und schlägt das an dem König vor und Hamans Antwort ist hier wirklich die Ironie er sagt Hamann dachte das gilt mir wenn sonst könnte er meinen der muss mich meinen also sagt er deshalb erwiderte er weil er dachte dass es um ihn geht wenn der König jemanden auszeichnen will soll man ein Gewand herbringen das der König schon getragen hat also ein Secondhand von König ein königliches Gewand und ein Pferd auf dem er schon geritten ist mit dem königlichen Diadem auf dem Kopf also er will praktisch fast so auf Augenhöhe wie den König soll er hoch gehift werden man soll Pferd und Gewand einem der Fürsten übergeben damit dieser den Mann den der König auszeichnen will mit dem Gewand bekleidet und auf dem Pferd über den großen Platz der Stadt führt dabei soll er ausrufen so ehrt der König einen Mann den er auszeichnen will dann kommt die kalte Dusche für Haman das König sagt genau so machen wir es du bist der Fürst der den Mordechai ehren soll auf diese Weise wie du gerade gesagt hast das ist ja absolute Oberironie der Geschichte der Mordechai der Haman kommt zum König weil er Mordechai aufhängen will und er geht vom König weg und muss den Mordechai ehren und dieses Ausrufen als das ist der Mann den der König ehren will und er ist dieses Mann Mordechai den er ehren soll es ist unglaublich wie das jetzt hier umgekehrt wird er wollte die Ehrung von Mordechai haben aber jetzt muss er Mordechai ehren und da zeichnet sich schon ab dass sein Untergang naht auf jeden Fall seine Frau und seine Freunde sehen also wenn das stimmt wenn Mordechai Jude ist dann wird ein ganzer Plan abgehen dann wird das nicht funktionieren wenn der Mordechai jetzt in dieser Position ist so hoch erhoben dann kann es nicht gelingen dass du diesen Genozid an den Juden erfolgreich durchführen kannst also jetzt zeichnet sich schon ab dass der Untergang Hamanns bevorsteht und jetzt wieder Esther in Aktion König und Haman ist jetzt wieder bei dem Abendessen von Esther was sie gibt aber eben jetzt nicht nur der König und Esther sondern eben auch der Hamann ist dabei und der König ist schon ganz aufgeregt und spannend will wissen also okay irgendwas hat Esther da die will irgendwas wichtig und was ist sein Wunsch und erneut fragte sie Esther sag mir doch was du willst und dann kommt sie raus mit der Sprache jetzt ist die Gelegenheit es ist der tut es dem König die Not sagen und sagt wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es dem König recht ist dann möge mir mein Leben geschenkt werden das ist meine Bitte und mein Volk das ist mein Wunsch also ihr Leben und das Leben ihres Volkes darum bittet sie der König fällt wahrscheinlich aus allen Wolken was wieso wer will denn dir ans Leder gehen wer will denn dir das Leben nehmen oder dein Volk man will uns vernichten umbringen und beseitigen hätte man uns nur als Sklaven verkaufen wollen wäre ich still geblieben das hätten wir hingenommen wenn wir versklavt worden wären denn dafür hätte man den König nicht belästigen müssen und der König Särxas fragte es und wer ist das der so schändliche Pläne ausheckt dass er dich und dein Volk vernichten will und dann er wisse unser Todfeind ist dieser böse Hamann hier der Mann der sehr geehrt ist in den Augen des Königs in eine Europoposition gebracht hat der wird plötzlich entlarvt als der der König die Königin umbringen will und ihr ganzes Volk vernichten will und der König ist so geschockt von dieser Information dass er ein bisschen auf den Balkon geht und in dieser Zeit wo der König kurz raus geht hat dadurch Hamann erkannt dass jetzt sein Leben in höchster Gefahr ist dass er sein Leben verspielt hat und er nutzt die Sekunden die er hat und geht zur Königin und fleht sie um sein Leben an dass natürlich total bedroht ist sehr klar dass der König es nicht dulden wird dass seine Frau von Hamann vernichtet wird und dann kommt der König wieder rein sieht gerade wie der Hamann sich so flehendlich über die Königin beugt da denkt er noch will der ihr noch Gewalt antun in meinem eigenen Haus und dann wird und dann sagt der König ja dann dann hängt ihn gleich selber an diesen Galgen auf den er für Mordechai errichtet hat sollte er selber aufgehängt werden und damit noch nicht genug Esther an Mordechai beerben Hamann den ganzen Wohlstand noch am gleichen dastehend schenkte König Xerxes das Haus des Judenfeindes Hamann Mordechai aber erhielt Zutbild zum König denn Esther hatte dem König mitgeteilt wie er mit ihr verwandt war der König zog den Siegelring den Hamann wieder abgenommen hatte vom Finger und gab ihn Mordechai und Esther setzte Mordechai zum Verwalter über Hamanns Besitz ein also ein völliger Tausch der Hamann wird alles geplündert weggenommen und es bekommt Esther und Mordechai verwaltet es sie beerben Hamann und dann ist zeitlich eine Pause und da gibt es noch mal eine weitere Aktion von Esther wo sie dann den König bittet dass auch der das Edikt von Hamann widerrufen wird ja das kann man jetzt auch nicht lassen dass der an diesem Tag gemäß dem Edikt von Hamann was königlich autorisiert ist jetzt alle Juden schadlos umgebracht werden dürfen und sie bittet den König darum und dann erklärt der König natürlich dass es allerdings nicht so ohne weit es geht denn ein Edikt ein Erlass des Königs der Medan Perser ist unumstößlich er kann nicht widerrufen werden man kann den Erlass nur praktisch austricksen und und das geschieht dann auch in dem Morohai er bekommt die Erlaubnis vom König ein Edikt zu erlassen als Antwort auf Hamanns Edikt wodurch das erste Edikt ausgehebelt wird als erster kann nicht aufgehoben werden oder widerrufen werden das bleibt in Kraft an diesem Tag dürfen alle Juden umgebracht werden von ihren Feinden schadlos ihr Besitz darf geplündert werden an diesem Tag ist das erlaubt und das kann nicht zurückgenommen werden aber es wird ergänzt durch ein anderes Edikt was quasi das erste Edikt unschädlich macht und das lesen wir in Kapitel 8 Vers 7 bis 8 aber ein Erlass der im Namen des Königs erfasst und mit einem Siegel besteh ist kann nicht widerrufen werden ihr könnt jedoch im Namen des Königs eine weitere Verfügung erlassen wie ihr es für richtig haltet und sie mit meinem Siegel bestätigen und so wurde damals es war am 30. Juni der Schreiber des Königs gerufen Madrachai diktierte ihnen einen Erlass an die Juden und die Stadrappen die Stadthalter und die Fürsten der Völker in allen 127 Provinzen von Indien bis Nubien also im gesamten Medo-Persischen Reich also bis südlich von Ägypten bis hinter nach Pakistan das war so der ganze Nahe Posten bis hinten Richtung Indien und geschrieben war im Namen von König Xerxes und mit seinem Siegelring autorisiert den er dem Marokai gegeben hat dann wurde er durch Eilboden die auf Pferden aus den König Gestüten Ritten in alle Provinzen geschickt damit die Information noch rechtzeitig ankommt mit Eilboden dass dieser Brief mit dieser Bekanntmachung und diesem Etikt allgemein bekannt ist im gesamten Riesenreich mit diesem Erlass gestattete der Kirche den Juden in jeder Stadt sich zum Schutz ihres Lebens zusammen zu tun also sie dürfen sich jetzt verteidigen gegen ihre Feinde um Schutz ihres Lebens zusammen zu tun und alle die ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollten die Feinde die in dem Ort sind und sie umbringen wollten zu vernichten umzubringen und zu beseitigen und ihren Besitz zu erbeuten also sie bekommen einen Freibrief vom König im gesamten Reich an einem bestimmten Tag sich zu verteidigen und ihre Gegner umzuprägen die sie hassen und sie umbringen wollen das sollte in allen Provinzen des Reiches an dem selben Tag geschehen nämlich genau an diesem 13. März an diesem Tag den Haman ausgelost hatte an dem dieser Genozid stattfinden sollte an diesem Tag durften sie sich jetzt ganz offiziell mit Autorität des Königs und ihre Feinde umbringen ohne dass sie dafür belangt werden und das ist das Edikt die Reichweite im ganzen Reich der Inhalt eben sie dürfte sich wehren es wird verbreitet und danach wird das Erscheinungsbild Mordechais gezeigt wie er im königlichen Gewand Tal geehrt hier praktisch auftritt und er als Jude so geehrt in diesem Riesenreich und die Freude in Susa Hauptstadt aber auch unter allen Juden ist riesengroß und es führt sogar dazu dass viele Nichtjuden jetzt zum Judentum übertreten aus furcht vor den Juden also dieses Edikt was dann Mordechai erlässt konterkariert dieses Edikt von Hamann und dreht es ins Gegenteil um die Nachgeschichte sind gleich durch am 13. bis 15. 3. sind dann drei Tage insgesamt wo dann etwas läuft das wird jetzt hier erzählt der Unheilstag der Juden dieser 13. 3. 473 wo dieser Genozid an den Juden geplant war und auch gesetzlich vorgesehen war dieser Unheilstag der Juden wird dann zum Jubeltag der Juden weil sie tatsächlich dann ihre Feinde schlagen und vernichten und das wo sie gedacht haben jetzt ist der Untergang der Juden das war dann ein großer Siegestag und so kann Gott das wenden die Geschehnisse werden dann beschrieben wie das dann umgesetzt wurde wie die Juden sich gewehrt haben und ihre Feinde vernichtet haben und auch dass es viele Tausende waren 75.000 Menschen sind damals auf diesen einen Tag 75.000 Juden Feinde sind vernichtet worden allein in Susa der Hauptstadt 500 und der König gewährt dann Esther eine weitere Bitte in Kapitel 9 Vers 11 heißt es als man an diesem Tag dem König meldete wie viele Männer in der Oberstadt von Susa erschlagen worden waren sagt er zur Königin Esther schau allein im Palastbezirk haben die Juden 500 Mann erschlagen dazu auch die Söhne Hamans was werden sie wohl in den anderen Provinzen des Reiches getan haben doch was ist deine Bitte sie soll dir gewährt werden wenn du noch einen Wunsch hast er soll dir erfüllt werden also sehr großzügig und wohlwollend gegenüber Esther da sagt Esther wenn es dem König recht ist soll es auch morgen den Juden in ganz Susa erlaubt werden nach dem Gesetz von heute zu handeln außerdem soll man die zehn Söhne Hamans an dem Pfahl hängen also öffentlich zur Schau stellen wenn die vorher schon getötet wurden dann sollen sie jetzt noch aufgehängt werden zur Abschreckung und zum Zeichen dass diese Judenfeinde hier ihr verdientes Schicksal erlangt hatten das ist dann ihre Bitte dass der Erlass am Eintag verlängert wird aber nur in Susa nicht der Bovins kommunikativ gar nicht ausrichten können aber in der Hauptstadt noch einen Tag mehr dass die Feinde vernichtet werden dürfen und dass die zehn Söhne Hamans ihre Leichen zur Abschreckung und das wird ein weiter berichtet was am nächsten Tag geschah in Susa was am nächsten Tag ist in Susa noch mal eine Jagd gemacht auf die Judenfeinde wurden noch mal 300 Mann getötet und dann haben die Juden am Tag darauf gefeiert in der Provinz war es anders da war er nur an den 13 wo die Juden sich gewehrt haben und ihre Feinde vernichtet haben und haben am 14 dann gefeiert so wurde also in Susa am 15 die Feier begangen und dann in allen übrigen Landen am 14 März und daraus ist ja das Purimfest entstanden grundlegend ist das Buch Esser erklärt wie es zum Purimfest kam was die Juden ja bis zum heutigen Tag noch feiern die Erkunft des Datums für das Purimfest bei den Juden auf dem Land ist also natürlich dann das 14 weil das der Feiertag war auf dem Land Mordechais Dokumentation der Ereignisse und der erste Brief zur Anordnung des Purimfestes lesen wir dann in Kapitel 9 das heißt dass Mordechais alles aufgeschrieben hat 9 Vers 9 so kam es dass die Juden in den unbefestigten Orten auf dem Land schon den 14 März als Feiertag begehen Festmale feiern und sich gegenseitig Geschenke machen Mordechais schrieb alles auf was geschehen war und schickte Schreiben an alle Juden im Reich des Xerxes nah und fern also er hat alles dokumentiert ob er der Autor des Esther Buches ist ist nicht gesichert muss er nicht sein aber er hat sicherlich das alles dokumentiert festgehalten und der unbekannte Verfasser der dieses Buch dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt herausgebracht hat hat natürlich ganz maßgeblich auf die Quellen zurückgreifen können was Mordechai geschrieben hat so haben wir sicherlich im Wesentlichen haben wir das was Mordechai aufgeschrieben hat haben wir dann auch in diesem Esther Buch also Mordechai dokumentiert die ganzen Geschehnisse und schreibt einen ersten Brief wo er das Purim Fest anordnet der Name des Festes rührt aus dem Begriff Pur heißt Los weil dieser Tag ausgelost worden war deswegen Los Fest weil dieses Los war auf diesen Tag alle Juden zu vernichten und Purim Fest wird dann ein fester Gebrauch der Juden wird uns geschildert und Esther und Mordechai schreiben noch einen zweiten Brief um die Juden wirklich daran fest zu verpflichten dieses Purim Fest in Erinnerung an diesen abgewendeten Genozid jährlich zu feiern Xerxes und Mordechai wird dann noch erwähnt im letzten Kapitel Xerxes König Xerxes legte dann dem Festland und in der Küstenregion seines Reichs eine Steuer auf es war ja ausgefallen die Sondersteuer die er bekommen hätte wenn das Hamannsätik durchgeführt worden wäre aber so hat sich die Steuer jetzt auf diesem Weg geholt alle seine Taten und Verdienste sind in der Konig der König von Meda und Persen aufgezeichnet dort wird auch beschrieben zu welch hoher Stellung er Mordechai erhob also Xerxes erlässt diese neue Steuer Erträge Einträge beider Personen Xerxes und Mordechai in die Konig der Meda und Perser und Mordechais Stellung im Reich und seine Verdienste für die Juden werden auch dort verzeichnet heißt es hier denn Mordechai war der erste Mann direkt nach dem König so wie praktisch der Joses in Ägypten ähnliche Rolle die Daniel am Hof am Hof Nebukadnezzars hatte wo er auch in sehr guter Stellung war und so ist es wiederum in einem Weltreich im persischen Weltreich Mordechai direkt am Ohr des Königs und in die rechte Hand des Königs praktisch und das ist für die Juden eine ganz günstige Position wenn er praktisch fähige geistliche Leute aus ihren Reihen praktisch so einen Einfluss auf den heidnischen König haben der das Reich regiert und dann geht es ihnen natürlich auch gut das ist auch die Strategie der Juden bis zum heutigen Tag dass man versucht in ihrer Zerstreuung dass sie bei den Regierungen wo sie sind auch Leute platzieren die da einen positiven Einfluss zugunsten der Juden wahrnehmen können und das findet sich vielfach in der Geschichte also Mordechai Stellung im Reich und Verdienste für die Juden er sorgte für sein Volk und setzte sich stets für dessen Wohl ein also ein dickes Lob noch für Mordechai im Abschluss noch ein paar kurze Gedanken ich habe gesagt diese säkuläre Perspektive kommt eigentlich Gott im Buch Esther vor die These ist die erste These ist das Esther Buch erwähnt Gott an keiner Stelle das ist nicht nur eine These ist es und es ist eine Tatsache Gott wird mit keinem Wort in diesem Buch erwähnt dafür sticht es eigentlich aus allen Büchern des alten Desemments total heraus denn es gibt kein Buch wo Gott nicht erwähnt wird warum wird das Buch Esther nicht wird im Buch Esther Gott nicht erwähnt also Gott wird tatsächlich nicht erwähnt indirekt könnte man sagen wird er erwähnt durch das Geologische Passiv wenn zum Beispiel jetzt Madhahe sagt wenn du nicht jetzt redest und dich wagst zum König zu gehen und ein Wort für uns einzulegen dann heißt es dann wird von anderswo Hilfe und Rettung für die Juden kommen es wird kommen also sagt nicht Gott wird eine Rettung schicken sondern es wird Rettung kommen aber damit meint er natürlich schon Gott wird eine Rettung besorgen Gott wird eine Rettung organisieren das nennt man das Theologische Passiv also statt von Gott zu sprechen spricht man einfach passivisch und meint dass Gott der Urheber dieses Passivs ist also von daher höchstens indirekt durch Theologisches Passiv wird Gott erwähnt aber weder Name Gottes noch irgendeine Offenbarung Gottes nichts wird von Gott und über Gott ausgesagt im Buch Esther also was wirklich geschrieben steht andererseits ist eigentlich auch klar dass das Esther Buch setzt Gott als allgegenwärtig und allwirksam voraus dass Gott ständig dabei ist in der Geschichte dass Gott da alles wirkt und dass Gott alles auch beobachtet und dass Gott handelt dass Gott Dinge fügt aus jedem Kapitel sieht man das dass Gott hier irgendwie im Hintergrund am Werk ist aber es ist eben diese Spannung es wird nicht ausgesprochen obwohl es so ist und diese Spannung Gott wird nicht erwähnt und trotzdem ist Gott irgendwie allgegenwärtig und allwirksam in diesem Buch ist eine neue Dimension folgende Ereignisse sind entweder zufällig oder von Gott gefügt also die Alternative ist wenn es Gott nicht gefügt hat dass man sagt es ist alles Zufall aber dann wäre es so viel Zufall dass es schon kein Zufall mehr ist was wäre alles zufällig als dass Esther damals in jener Zeit wirklich zu Xerxes Ehefrau wurde Zufall dass Mordechai von dieser Verschwörung hört Zufall dass Xerxes der Esther Audienz dann gewährt und nicht so macht vor allem dass Xerxes in jener Nacht dann schlaflos ist und dann sich die Chronik holt sich das vorlesen lässt in der Nacht und dass man ausgerechnet an dieser Stelle dann vorbeikommt wo diese Verschwörung von Mordechai aufgedeckt wird und dass er dann daraus folgert ja der Mordechai muss doch noch eine Belohnung bekommen und dass er dann Mordechai ehren will alles Zufall der Kurswechsel im Reich nach Hamanns Entlarvung ist das Zufall Mordechai darf Gegenerlass zu Hamanns Edikt schreiben und dass die Judenfeinde so eingeschüchtert sind von dem geänderten politischen Klima dass sie praktisch ja auch dann völlig unterlegen sind an diesem Kampftag dem 13 wo dann Juden ihre Feinde auch zerstören die Botschaft des Buches Esther ist eine dreifache und damit komme ich zum Schluss die erste Botschaft ist eine säkulare Perspektive und deswegen ist dieses Buch auch mehr als jedes andere typische Buch extrem passend für unsere Zeit weil in unserer Zeit in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts spielte auch Gott im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle also es wird gar nicht wahrgenommen man hat diesen Humanismus als Religion und dieser allumfassende Humanismus Gott ist völlig ausgeklammert spielt überhaupt keine Rolle im Denken und auch in der öffentlichen Präsenz immer weniger und diese säkulare Perspektive ähnelt sehr unserer Situation heute in Westeuropa in der westlichen Welt wir sehen hier im Buch Esser keine öffentliche Präsenz Gottes wir sehen kein direktes Eingreifen Gottes das er Propheten schickt oder das er Offenbarung gibt das er Wunder wirkt wir haben auch keine geschichtstheologische Interpretation des Autors wie wir das in den Königsbüchern oder in Königsbüchern ständig haben wo ständig die Geschichte interpretiert wird vom Verfasser dass hier Gott eingegriffen hat und Gott das so gemacht hat und Gott hier in die Geschichte eingreift hätten wir hier ja auch machen können aber es geschieht nicht es wird keine geschichtstheologische Interpretation vorgenommen es wird einfach mit dieser säkularen Sichtweise stehen gelassen also einfach nur rein menschlich alles betrachtet Haman der Judenfeind will kurz vor Passa diesem Erinnern an den Siegestag Gottes will er die Unfähigkeit Gottes demonstrieren indem er auf diesen Tag alle Juden vernichten will es hat schon sehr Symbolik auch dieser Tag was wir auch im Buch Esther sehen ist eine Zusammenwirkung von menschlicher Leistung also der Mordechai und die Esther waren menschlich gesprochen die beiden Personen denen das jüdische Volk zu verdanken hat dass es dieser Genozid abgewendet wurde also es eine gehörige menschliche Leistung und die Esther hat dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt und der Mordechai war auch mutig hat sich Jude genannt und war kurz davor selber aufgehängt zu werden also die haben da wirklich all in gegangen von dem was sie beitragen konnten Zusammenwirkung von menschlicher Leistung und Gottes verborgenem Wirken im Hintergrund wie Gott das alles dann so fügt das wirkt zusammen und wir haben dann immer als glaubende Menschen sehen wir immer eine Doppelkausalität es hat nie immer nur eine menschliche Ursache es hat immer Gott mit drin hineingewebt und spielt da mit und so ist diese Doppelkausalität die wir im Buch Esther sehr schön sehen einmal als Jude glaubt man dass Gott natürlich immer irgendwie da ist und dass Gott wirkt und dass Gott ein Auge auf sein Volk hat Israel wird Gottes Augapfel genannt Israel ist der erst geborene Sohn Gottes also natürlich hat Gott ein Auge auf Israel und Gott wirkt und lenkt die Geschichte das haben wir so genüge gesehen in den Königsbüchern und Königbüchern wie diese geschichtstheologische Schau ganz klar entfaltet wird von da ist das da aber hier im Buch Esther wird es nicht ausgesprochen es ist der Glaube an Gottes Gegenwart und auf der anderen Seite das Leben der Menschen mit Verantwortlichkeit also sie übernehmen Verantwortung setzen sich hin und sagen mal warten was Gott macht ja so sondern sie werden aktiv im Vertrauen auf Gott auf Gottes Hilfe ohne die Zukunft zu kennen wir wissen die Zukunft nicht aber sie sind aktiv übernehmen Verantwortung und sie vertrauen darauf dass Gott gegenwärtig ist und wirkt das ist genau unsere Situation heute ja die wir hier in der westlichen Welt haben wir glauben dass Gott in allem drin mitmisch mitwirkt in deiner Ehe auf deinem Beruf in der Politik in der Gesellschaft überall ist Gott gegenwärtig und handelt aber wir können es nur glauben und haben selber eigenverantwortlich auch zu leben und ein verantwortliches vor Gott verantwortliches Leben zu führen also diese säkulare Perspektive dann sehen wir bei Esther eine geistliche Entwicklung Esther scheint ihr Leben zunächst mal nicht aus Spiel setzen zu wollen also sie sagte nicht gleich Hurra das mache ich sondern ihre Ehe hat nach sechs Ehejahren offenbar eine gewisse Verschleißerscheinung auch gehabt sie war 30 Tage nicht eingerufen worden dass sie ihren Mann sehen darf und sie war zunächst nicht gewillt ihr Leben aufs Spiel zu setzen aber ihr Glaube aufgrund der Kommunikation mit Mordechai dann ihr Glaube und ihr Verbundenheit zum jüdischen Volk wird ihr dann doch noch wichtiger und irgendwie ist sie dann bereit doch ihr Leben aufs Spiel zu setzen es ist aber kein Enthusiasmus oh ja begeistert da komme ich halt um sondern es ist eine bewusste schmerzhafte Unterwerfung ich weiß ja auch nicht wie es ausgeht in diesem konkreten Fall vielleicht komme ich ja tatsächlich um ich weiß es nicht ich habe ja noch nicht das Ergebnis ich habe keine Offenbarung von Gott wie das ausgehen wird aber nach bestem Wissen und Gewissen ich muss es einfach tun und ich mache es im Vertrauen dass Gott wirkt und vielleicht hilft aber ich weiß nicht ob er in dem konkreten Fall es so macht komme ich um komme ich um bewusste schmerzhafte Unterwerfung also manchmal müssen auch wir dann Entscheidungen treffen oder oft müssen wir Entscheidungen treffen wo wir gar nicht wissen was dabei rauskommt ob es gelingt und so und das sind jetzt ganz ganz ernste Entscheidungen eine letzte Botschaft die man noch entdecken kann im Buch Esther ist doch dieser unbedingte Rettungswille Gottes gegenüber Israel ein gewisser Herr Kalimi in seinem Buch Furcht vor Vernichtung oder Artikel sieht er eigentlich diesen Vers Kapitel 4 Vers 14 als die Mitte oder den Schlüssel in diesem Buch als eine ganz wichtige Botschaft des Esther Buches er sagt denn wenn du in diesem Augenblick schweigst wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen also wenn du nicht hilfst und dann vielleicht durch dich die Rettung kommt weil Gott durch dich diese Rettung herbeiführt wenn du deine Verantwortung nicht übernimmst dann hat Gott trotzdem noch ehrliche Möglichkeiten also Gott braucht dich nicht er will dich gebrauchen aber er braucht dich nicht aber eins ist sicher Gott wird sein Volk nicht hängen lassen Gott wird nicht zulassen sein Volk komplett vernichtet Gott wird sein Volk retten vor dem Genozid und das gilt auch für die Zukunft und Kalimi sagt als Quintessenz des Esther Buches hier in dieser Hinsicht Gott wird sein Volk in jedem Fall zu jedweder Zeit und an welchem Ort auch immer retten direkt oder indirekt also direkt durch göttliches Eingreifen durch ein wundersames Eingreifen wie meinetwegen Ägypten beim Ausdruck aus Ägypten oder wie Gott die Assyrer vernichtet hat durch den Engel des Herrn also Gott hat immer wieder auch direkt eingegriffen aber eben auch indirekt indem er das Herz von Königen lenkt oder von Regierenden lenkt dann bestimmte Entscheidungen zu treffen die dann zur Rettung seines Volkes führen also direkt oder indirekt durch außergewöhnliche Wunder oder durch das Handeln hinter den Kulissen und das ist eine eine Wahrheit die hier ausgesprochen ist die auch immer feststeht dass dass Gott sein Volk nicht hängen lässt nicht vernichten lässt es ist sein Volk er steht da zu Israel zu den Juden und auch zu seiner Gemeinde und er muss nicht direkt eingreifen er kann es und tut es auch oft ja das war die Geschichte von Estern auch mit einer erstaunlich interessanten Botschaft die so zwischen den Zeilen hervorkommt gerade weil in diesem Buch der Name Gottes nicht erwähnt wird obwohl offensichtlich ist für einen glaubenden Menschen völlig offensichtlich ist dass das nicht alles auf Zufall beruht sowie auch unsere Geschichte nicht zufällig ist sondern Gott wirkt da hinein und handelt im Hintergrund auch in der Geschichte ist die ist es die Vielen Dank.